London, die Stadt der Träume, ist eine der wohlhabendsten Metropolen der Welt. Die Wirtschaft der Stadt hat einen Wert von etwa 508 Milliarden Pfund, was 652 Milliarden Dollar entspricht. Wäre London ein unabhängiger Staat, läge es auf Platz 22 der größten Volkswirtschaften der Welt, genau über Argentinien und Schweden. Der Wohlstand Londons und des Südostens Englands ist jedoch untypisch für das gesamte Land. Dieses kleine Gebiet erwirtschaftet fast die Hälfte des britischen BIP und beherbergt etwa ein Drittel der Bevölkerung. Würde man die Wirtschaftsleistung Londons amputieren, würde dies den britischen Lebensstandard um 14% senken. Gerade genug, um den US-Bundesstaat Mississippi zu überholen. Ja, das Vereinigte Königreich hat schon bessere Tage gesehen. Die letzten zehn Jahre waren besonders hart. Das verfügbare Realeinkommen, also das Einkommen nach Steuern und Sozialleistungen, ist nahezu unverändert geblieben. Aber die Kosten für Waren und Dienstleistungen sind gestiegen. Im Vergleich zu vor zehn Jahren können die Menschen mit ihrem Einkommen also deutlich weniger kaufen. Gleichzeitig ist die Produktivität niedrig, eine der niedrigsten aller großen Volkswirtschaften, und Wohnraum ist nahezu unerschwinglich geworden. Großbritannien hält den Rekord für die höchste Zahl an Obdachlosen in der entwickelten Welt. Die Ursache für dieses Problem liegt in früheren politischen Entscheidungen. Großbritannien hat geschlafen und ist planlos durch eine Reihe von Rückschlägen gestolpert. Jetzt ist die Krise endemisch geworden und eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Wenn man darüber nachdenkt, ist es ironisch. Großbritannien war das erste Land, das sich industrialisiert hat. Jetzt steht es kurz davor, das erste Land zu werden, das sich deindustrialisiert. Vor nicht allzu langer Zeit galt Großbritannien als eine der wohlhabendsten Nationen der Welt und als erstklassiges Ziel für Fachkräfte, die ihre Karriere vorantreiben wollten. Heute sieht das nicht mehr so rosig aus. Der Staat leidet unter einer unglaublichen sozioökonomischen Belastung, mehr als den Menschen bewusst ist. Drei aufeinanderfolgende geopolitische Schockquellen haben zu einer kolossalen Verschuldung geführt, nämlich Brexit, Covid und der Ukraine-Krieg. Der eigentliche Auslöser liegt jedoch im Jahr 2008, als die Finanzkrise lang anhaltende Auswirkungen verursachte. Wie alle anderen wurde auch Großbritannien schwer getroffen, aber die Art und Weise, wie es mit den Folgen umging, hob es vom Rest der entwickelten Welt ab. Nachdem die Regierung etwa 141 Milliarden Pfund zur Rettung britischer Banken geliehen hatte, entschied sie sich für Sparmaßnahmen, anstatt in die Finanz- und Sozialpolitik zu investieren. Es gab keine nennenswerten Steuersenkungen oder Erhöhungen des Mindestlohns, keine Inflationskontrolle, keine Wohnungsbeihilfen, keine Programme zur Schaffung von Arbeitsplätzen und so weiter. Für die einfachen Bürger waren die Folgen verheerend. Das reale Haushaltseinkommen sank und stagnierte für die nächsten 15 Jahre. In der Wirtschaftssprache wird dies als verlorenes Jahrzehnt bezeichnet. Zur besseren Veranschaulichung, 2007 war der durchschnittliche britische Haushalt 8% weniger wohlhabend als der in Norwegen und nur 6% weniger wohlhabend als der in den Vereinigten Staaten. In den folgenden Jahren wuchs das Defizit erheblich. Heute liegen britische Haushalte beim Realeinkommen 20% hinter Norwegen und 16% hinter den USA. Dieser Rückgang des Lebensstandards ist in der Mittelschicht deutlich zu spüren. Das reale Haushaltseinkommen ist ein grundlegender Motor der Wirtschaftstätigkeit. Es fördert die Konsumausgaben und verbessert den Lebensstandard, was alles zum Wirtschaftswachstum beiträgt. In Großbritannien hat die Regierung jedoch Unternehmensinteressen über alles andere gestellt. Aber selbst hier, in der Unternehmenswelt, waren die Gewinne meist nur von kurzer Dauer. Die Produktivitätsrate wurde auf Eis gelegt und es wurden keine nennenswerten Investitionen in diesem Bereich getätigt. Zum Verständnis, die Steigerung der Produktivität ist eine der effizientesten Möglichkeiten, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Entgegen der landläufigen Meinung bedeutet eine Produktivitätssteigerung jedoch nicht, dass man härter arbeiten muss. Vielmehr geht es darum, die Wirtschaftsleistung zu steigern, ohne den Arbeitsaufwand zu erhöhen. Wenn also eine von der Landwirtschaft geprägte Wirtschaft auf die Herstellung von Mikrochips umstellt, dann steigt die Produktivität, weil die Technologiebranche profitabler ist und höhere Margen erzielt. Ergo, die Arbeitskräfte haben bei gleichem Aufwand mehr Wohlstand. Aus diesem Grund verwandelt Japan Ackerland in Fabriken. Dies steigert die Produktivität und verbessert letztendlich die Wirtschaft. Im Vereinigten Königreich ist die Pro-Kopf-Produktivität nach der Finanzkrise von 2008 aufgrund mangelnder Investitionen zurückgegangen. Diese Grafik der London School of Economics veranschaulicht die Situation. Vor der Krise stieg die Produktivität jährlich um fast 2%. Nach der Krise schwächte sie sich jedoch erheblich ab und veränderte einen Trend, der seit den 1980er Jahren in Gang war. Die britische Erwerbsbevölkerung weist nun die zweitniedrigste Produktivitätsrate unter den G7-Volkswirtschaften auf, während sie vor der Krise von 2008 nur von den USA übertroffen wurde. Die gleichzeitigen Auswirkungen des schleppenden realen Haushaltseinkommens und der niedrigen Produktivität sagen viel über die Leistung der britischen Wirtschaft aus. Sie kämpft im Wesentlichen um ihr Überleben. Das verlorene Jahrzehnt Großbritanniens verlief so beiläufig und gleichgültig, dass keine der politischen Parteien es zur Kenntnis nahm, geschweige denn ansprach. Es gab keinen politischen Diskurs zu diesem Thema, das Millionen von Haushalten betraf, aber es war dennoch eine spürbare Krise und so äußert sich der Frust in Form des Brexit. Die Unsicherheit über den Brexit macht die schlechte Situation jedoch noch viel schlimmer. Besonders stark wirkte sich dies auf ausländische Direktinvestitionen aus. Laut der Bank of England gingen die Investitionen durch den Brexit um 25% zurück, gemessen von 2016 bis 2021. Darüber hinaus verschärfte der Ausbruch von Covid kurz nach dem Brexit die Wirtschaftskrise, die sich unter der Oberfläche zusammenbraute. Die Regierung schritt ein und nahm als Reaktion auf das Coronavirus zusätzliche 280 Milliarden Pfund an Krediten auf. Dies wurde als notwendig erachtet, um die Nation durch die Pandemie zu bringen, aber hier ist das Problem. Der größte Teil des Covid-Rettungspakets wurde zu einem Zeitpunkt aufgenommen, als die Zinssätze auf historischen Tiefständen bei etwa 0,1% lagen. Zu diesem Zeitpunkt ging man davon aus, dass die Rückzahlung relativ überschaubar sein würde und das wäre vielleicht auch der Fall gewesen, wenn es nicht den letzten Sargnagel gegeben hätte, nämlich den Ukraine-Krieg. In dem Moment, in dem die Russen ihren Großangriff begannen, wurde der Zugang zu russischem Öl und Gas durch Sanktionen und Handelsbeschränkungen unterbunden. Gleichzeitig zeichnete sich eine Energiekrise ab und die Lebenshaltungskosten in ganz Europa stiegen sprunghaft an. Die Krise traf die Menschen direkt in ihrem Zuhause. Britische Haushalte mussten damit rechnen, dass sie das Dreifache des bisherigen Preises zahlen mussten, nur um ihre Häuser im Winter zu heizen. Ein Großteil der Öffentlichkeit war besorgt, also griff die britische Regierung erneut ein. Diesmal war es eine der großzügigsten finanziellen Unterstützungen Europas. Zwischen 60 und 100 Milliarden Pfund an zusätzlichen Ausgaben führten direkt zu einer höheren Verschuldung Großbritanniens. Der Schaden für die Haushalte war dadurch gering, aber die Rettungsaktion führte dazu, dass die Verschuldung des Vereinigten Königreichs im Verhältnis zu seinem BIP am stärksten anstieg. Die kombinierte Pandemie- und Energiekrise trieb die Inflationsraten auf neue Höchststände. Als Reaktion darauf erhöhten die Zentralbanken den Zinssatz. Für die Bürger bedeutete dies, dass die Hypothekenzahlungen über Nacht um Hunderte von Pfund stiegen. Für die Regierung bedeutete der hohe Zinssatz, dass die Staatsverschuldung um zusätzliche Milliarden anstieg. Während man früher davon ausging, dass die Schuldentilgung relativ überschaubar sei, wurde die Schuldentilgung nach der Energiekrise immer teurer. Der Schuldendienst stieg von 40 Milliarden Pfund pro Jahr auf etwa 100 Milliarden Pfund pro Jahr. Das ist eine erstaunliche Steigerung der Ausgaben um 60 Milliarden Pfund, was fast dem gesamten britischen Verteidigungshaushalt entspricht. Also ja, obwohl sie bewundernswert ist, hat die Unterstützung Großbritanniens für die Ukraine im Wesentlichen seine Wirtschaft zerrüttet. Die Zinsrechnung für die britischen Schulden ist jetzt der zweitgrößte Ausgabenposten des Landes. Der Anstieg der Verschuldung hat die verfügbaren Mittel um Dutzende Milliarden Pfund reduziert und die Ausgaben für andere Posten begrenzt. Fast alle öffentlichen Dienstleistungen des Landes sind davon betroffen, was wiederum die Qualität dieser öffentlichen Dienstleistungen beeinträchtigt. Im Kern geht es in der Wirtschaft um mehr als nur Märkte und Geld. Es geht darum, die Entscheidungen der Menschen zu verstehen und wie die Demografie diese Entscheidungen beeinflusst. Die Wirtschaftswissenschaft ist im Wesentlichen die Lehre vom Menschen, nicht nur von Zahlen. Nachdem die Covid-bedingten Ausgangssperren aufgehoben wurden und das Leben zur Normalität zurückkehrte, verzeichnete jede fortgeschrittene Volkswirtschaft einen Anstieg der Erwerbsbevölkerung. Die Menschen fanden Arbeit und konnten ihre Leben wieder aufnehmen. Diese Grafik zeigt die Veränderung der Wirtschaftstätigkeit in den G7-Staaten zwischen 2019 und 2023. Großbritannien sticht heraus. Die Zahl der Arbeitskräfte hat sich nämlich nie erholt. Sie ist einfach niedrig geblieben. Eine geringere Zahl an Arbeitskräften hat alle möglichen Auswirkungen. Es bedeutet weniger Steuern für Dienstleistungen wie das Gesundheitswesen und höhere Ausgaben für Sozialleistungen. Es bedeutet auch, dass die Menschen weniger Geld zum Ausgeben haben, was den Unternehmen schadet und sich auf die Zahl der verfügbaren Arbeitsplätze in einer Volkswirtschaft auswirkt. Und so schließt sich der Kreis. Das Problem der britischen Erwerbsbevölkerung geht jedoch weit über das fehlende Prozent hinaus. Offiziell ist die Arbeitslosigkeit in Großbritannien mit 4,4 Prozent, was 1,5 Millionen Menschen entspricht, im historischen Vergleich niedrig. Die Realität sieht jedoch anders aus. In der britischen Erwerbsbevölkerung fehlen sage und schreibe 11 Millionen Menschen. Die Regierung betrachtet dies jedoch nicht als Arbeitslosigkeit, sondern bezeichnet es stattdessen als wirtschaftlich inaktiv. Die Begründung lautet, dass diese Gruppe, die 9,4 Millionen Menschen umfasst, technisch gesehen nicht auf Arbeitssuche ist oder für die Aufnahme einer Arbeit nicht zur Verfügung stehen. Das Office for National Statistics erklärt seine Motive. Etwa 2,1 Millionen Menschen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren sind Studenten und somit wirtschaftlich inaktiv. Etwa 3,5 Millionen der über 50-Jährigen sind aufgrund von Krankheit und Vorruhestand nicht erwerbstätig. Mindestens eine Million Menschen im Alter zwischen 25 und 49 Jahren arbeiten aufgrund von Betreuungspflichten nicht. Ein Arbeitskräftemangel von 11 Millionen Menschen ist keine Kleinigkeit, aber die Unternehmen müssten trotzdem weiterlaufen. Dies setzt die Regierung unter enormem Druck und eine Möglichkeit, den Unterschied auszugleichen, besteht darin, die Grenzen zu öffnen und genau das taten die britischen Gesetzgeber. Mehr Menschen von außerhalb des Vereinigten Königreichs wanderten ein, um dort zu arbeiten, wobei Südasien und Sub-Sahara-Afrika besonders hervorstechen. Diese Arbeitsmigranten füllen die Lücken, die durch den Rückgang der Erwerbsbevölkerung entstanden sind. Gleichzeitig hat der rasche und massive Zustrom von Einwanderern jedoch zu sozialen Spannungen innerhalb der Nation geführt. Die Menschen fühlen sich durch die verändernde ethnische Demografie bedroht und einige Politiker nutzen solche Stimmungen aus, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Anfang August 2024 erschütterten Großbritannien Proteste und Ausschreitungen gegen die Einwanderung und betrafen über 20 Städte. Die Ausschreitungen haben zwar ihren Höhepunkt erreicht, aber es wird viel länger dauern, die Ursachen zu beheben. Die gesamte wirtschaftliche Chronik Großbritanniens, die von einem kontinuierlichen Niedergang geprägt ist, zeigt, wie eine Krise eine weitere und noch eine weitere auslöst und letztendlich zu einer Kette von Ereignissen führt, von der es keine unmittelbare Erleichterung gibt. Die Suppe ist gekocht und jetzt müssten die Menschen sie auslöffeln. Ein Lichtblick am Horizont ist, dass jede Nation Höhen und Tiefen durchläuft und das Vereinigte Königreich ist da keine Ausnahme. London ist immer noch eine der wohlhabendsten und innovativsten Städte der Welt. Irgendwann wird es wieder bergauf gehen. Aber bis dahin wird Großbritannien wie eine an London angeschlossene dritte Weltwirtschaft funktionieren. Das war Caspian Report. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen besonderen Dank an unsere Unterstützer bei Patreon. Wenn ihr den Kanal unterstützen und unsere Videos früher und werbefrei sehen wollt, findet ihr den Link in der Beschreibung. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr denkt und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr denkt.